ARD Text im Auftrag von Funk Schön dich zu sehen. Ich bin so nervös, das ist unglaublich. Alles gut, alles gut. Wie geht's dir? Ja, auch. Ich bin Michelle übrigens aus Köln. Ich bin Nico, ich komme aus Osnoburg. Ich glaube, ich kenne dich. Ich weiß nicht genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das würde mich interessieren. Auf jeden Fall kommst du mir mega bekannt vor. Ich bin gespannt, was du noch erzählst. Machst du gerne Sport? Ich mache gerne Sport, du auch? Schön, ja. Du hast eine klasse Figur, du siehst hübsch aus in dem Kleid. Dankeschön. Ich glaube nicht das Kleid war so schön, ich glaube sie. Sie hat so schön gestrahlt. Sie hat das Kleid schön gemacht. Ich glaube, ich kenne den. Ich glaube, ich habe mal mit dem auf Instagram geschrieben. Ach Quatsch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Definitiv möchte ich gerne wissen, okay, woher kennen wir uns? wir haben uns. Wir haben es. Wir gehen auf deinen Kopf. Wir gehen einen paar ins Grafen. Wir gehen. Ich bin jetzt. Wir gehen einmal.